Ja Leute, viele Grüße von der AfD-Sommertour. Ihr seht, wir sind im Wahlkreis unterwegs und die Leute kommen, sie sprechen uns an, sie schildern uns ihre Probleme, sie hoffen auf uns, auf die AfD, dass wir die Politik ändern in diesem Land. Das ermutigt uns, das motiviert uns und ihr könnt euch auf uns verlassen. Wenn ihr Probleme habt, sprecht uns an, die AfD-Landtagsfraktion ist für euch da und ihr seht, die AfD ist gekommen, um zu bleiben und die Leute stärken uns den Rücken, so muss das sein. Vielen Dank. Vielen Dank.